Weil Ikea in Frankreich hunderte Mitarbeiter über Jahre ausspionierte, hat ein Gericht den schwedischen Möbelkonzern wegen des Sammelns persönlicher Daten mit betrügerischen Mitteln schuldig gesprochen und zu einer Geldbuße von einer Million Euro verurteilt. Zwischen 2009 und 2012 soll Ikea in Frankreich vertrauliche Informationen über fast 400 Mitarbeiter und Bewerber gesammelt haben. Sogar Privatdetektive und Polizisten wurden dafür angeheuert. Im Vorfeld des Prozesses hatte ein geschädigten Anwalt von regelrechten Stasi-Methoden gesprochen. Der frühere Konzernchef in Frankreich, Jean-Louis Bayot, hatte das Bespitzlungssystem angeordnet. Das Gericht in Versailles verurteilt ihn dafür zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und einer Geldbuße in Höhe von 50.000 Euro. Bayot prüft Rechtsmittel gegen das Urteil.